willkommen zu let's play style 1 ja warum es lange nicht haben ja stress schule schulstress balko im video warum ohne warum der stress und so ist ja ich von bei meinen eltern mit 15 hat man das halt noch und wir müssten jetzt die eigentlich dass wir aufbauen können weil letztes mal also im video auf meinem kanal kommt hier nach ohr hier davor schon möchte mal gucken ich wollte auf die uhr gucken ja genau da ich sage sind auf 12 uhr herren gut hören nur wissen wo alter schon hatte mich wo der musikraum ist wollte ich nur wissen nur rein keine kenne sachen alter mega haut ok die tasche höher wir auf also wenn man für extra türen aufmachen immer wieder nicht anmachen müsste er zu dunkel ja egal jetzt anhalt nur also im musicraum muss das musikraum piano ja da wollen wir hin von vorbeilaufen gleich links ich bin so schlau ne oh rein da boah ich dachte grad schon oh rein da ist ja richtig der raum ja oh geil richtig ok gucken wir uns mal die tafel an ja wissen wir ok wo geht habe ich habe ja schon mal ähm zuerst flog der gegepläger lalalalalala mhm ok andere rabe fliegt herbei höher fliegen als tauber einfach so weißt du was Leute da ist mir schrecklich geil das habe ich nie gebraucht das will ich auch jetzt nicht brauchen weißt du warum weil ich immer gegoogelt habe die lösung ok ja da so mal überprüfen ich kann nur die blut tassen ne also leute man muss die tasten machen die nicht funktionieren die zum beispiel nicht und die hier die nicht ok diese tasten muss man in bestimmte reihenfolge machen und die erstmal auswendig machen ja damit wir wissen welche tassen wir hat drücken müssen na wir schon park hat der ok raus ich glaube ich weiß wie es geht leute ja ich habe es in blut ich habe es in blut ich habe es in blut ich habe alles in blut ok ok wo der hier war es ist war ja ok ok anders licht durch er wie vor drei leute es ist nur ein ok 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 der hier der hier ja hier der hier war es nicht ok die die wand die ganzen außen links und rechts außen ganz außen schwarz und so ne ja immer noch ja immer noch ähm der hier der hier der hier der hier und der da und dieser hier hö 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 ok die reihenfolge war falsch dann mache ich halt eine andere andere reihenfolge die ich mir denke jetzt so auch falsch alles kann doch nicht wahr sein boah aber das muss ich weiß ja nicht wie das restliche geht warte die geht nicht nach ne ok ok komm gucken wir es doch an ähm ok zuerst flog der gierige pelikan erpicht auf die belohnung weiße flügelflatze an ah dann kam ein stiller taue und flog weiter als der pelikan soweit wie sie konnte ok ein rabe fliegt herbei höher fliegen als die taube alles um um zu zeigen dass er es kann oder höher als die taube oder falsch ok pelikan ist ok mhm das ist das das ist eine taube der pelikan ok der rabbi ist da drüber ein schwamm geleitet heran ein friedlichsteller zu finden gleich bei einem anderen vogel ok los kommt ein zu stellen gewert ich glaube ich hab's ich glaube es aber ich weiß es nicht Leute also die Zähne habe ich schon wieder vergessen ha wer hat das gedacht dass ich es mir das merken kann ok so so fuck you hose krebs 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 juck ich 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 mir gedacht habe ok lebe ne tablet haben wir auch noch ne musik wieder so scheiße wie lebe ne lebe ne lebe lebe ne lebe ne ne wieder raus wenn ich gegen die wand ich bin früher auch immer gegangen wenn wir glauben ne als kein kind vielleicht ok bin ich gegen eine laternenfosse gerannt ja da war jung irgendwie wie alt weiter ähm ne 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 n n n 4 n r runter müssen wir ab r r n dieser wird müssen wir so gut oder r r m r n r r r r okay hier ist das ja jetzt eigentlich ruckel nicht egal okay so dunkel okay wenn es ist so dunkel dafür und geht sogar ein silberner mut oh alter bleib ruhig also sie mache ich dich habe hier er ist tot weiter daran abgeschlossen warum ist abgeschlossener warum ruckelst du ja und wegen uns die leute nach wie gesagt dann habe ich mir gerade kein zimmer gestellt nein habe ich auch einen neuen rechner und den der steht schon in der neuen wohnung aber ich kann gerade noch nicht aufnehmen leute dann wird die cash pro klammer haben schöner ja nur es gibt ein problem der fällt beim socken einmal so aus ja ich bin ja klar richtig geil war ich immer ein monster drin in diesem gang zwei ja verpiss dich aber ich verpiss dich da raus alter europa wenn der fdw traurig wieder nicht rein heute traum rein ich trommel mal raus also liest das herr wie ist das jungen sind oder haben wir das ist falsch das ist ein ort mit sanken klang als lebensweg weiß ist ungenutzt der schollensprache verflügt den befehl das fakt für mich der musik um einfallen weil ich weiß wo wir noch nicht waren ich da mal hin wo ich mir denkt wochen muss sondern auch klar vor derzeit bricht einmal in die knie bis ich gar nicht darauf klarkommen nichts drin toll falsche seite auch noch vom ding ja sollte bis gleich oder fuck woran klassine egal und wobei wie ein stürmer in rechts vorbei erst links nach rechts nach unten alter nene im nirgendwo harry die aufregner ja ich meine dieses monster nein nein wir haben nicht gespeichert leute wir haben nicht gespeichert ich habe hier eingesetzt leute und also ist die weiter eigentlich im geschäft hier wieder und ja ich habe einen tollen genommen und ja ich will euch umbringen das reicht mir jetzt ich nehme jetzt eine andere waffe die sommer dinge ok schlechte idee eine städte ig habe ich ja ich habe ich ja die habe in der tat also lebt nur einer warum ich wie schlecht der ein passiert warum schießt du schießt du schießt du na klar warum schießt du so nein warum schießt du so komisch ich speichern kann doch alles von vorne zu spielen ehrlich gesagt toll was raum wisst ihr was wisst ihr was ich will speichern wie ich kurz das machen was ich machen wollte dann will ich noch mal speichern und danach wie ausmachen ja das ist möglich machen richtig gut wenn ich das machen ok okay einmal reich von ja habt ihr auch den zentritt parten euch verdient habt die geile community ja und und weil weil also sein das ist ja element okay da ist der klar sozusagen also ich bin ungern ehrlich gesagt ja der schlitter will ich beteiligen okay der strom ist wieder an soll ich dann mal reingehen ja also wenn wir hier ein spiel wieder sieht also wenn ihr euch also ich bin mir so angst nicht richtig angst er so wie schiss irgendwie aber es ist ein geiles ja weil wir gehen einfach kann ich anders sagen und jetzt wäre auch auf dem part wir haben ja schon dauert oder so ne kein timer also leute schauen reingehauen dann Vielen Dank.